oder die tat hat gar nicht mehr das ist ein wenig das nimmt hier was an du stirbst ja in deinem Club in meinem Club in der Höhe oh ja ich sehe dich Jan wer ist hier ich höre den Motherfucker alter ich sehe dich Jan bis hier in die Kuppe da geht es auch nicht ne hä wie du siehst mich der Jan äh der Lukas hat gesagt ich sehe dich Jan und du so du glaubst doch dass ich voll darauf höre ja ich dachte Eisen ist fertig ey mach mal eine Erde da hin zack ja ist auch ok ernsthaft ich hab Wetstone gefunden ja ok ey und ist jetzt hier so ne Fackeln weil ich schon nett bin ach ja Fackeln genau boah das war nett die war gleich schöner aus oh toll ja auch genau ja auch genau danke sehr nein ja Moment jetzt muss ich erstmal hier vorbereiten ne soo wat brauche ich denn ich brauche was zu machen oh hallelujah 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 ja ey Lukas willst du ein Zauntor haben ich hab 16 wattest du 16 Zauntore willst du ein paar abhaben ach ja hast du ne erstmal noch nicht vielleicht später ja nicht leg mir doch die Eier denn du hast dir ja zu viele gebaut stimmt sieht aber geil aus so diese Ecke da voll schillig man voll die Quecke ja übel ne hier hm ich glaube ich mach hier noch so ne Softie Sacken und dann warte mal Jan bleib stehen hier WTF ähm kurz Pause so da sind wir wieder Jan ja hinter dir ist ein Creeper oder auch nicht ja ist klar mach alle Türen auf bist du behindert ja hör auf was soll die scheiße Erde hier alter ok bin schon leise und ich halt meine Erde wieder so das da jetzt 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 lass sie da und dann mach hier hier ja hier ja hier ja hier jay oh was das ist heute so am Längen jetzt ja hör auf oh oh Lucas ey Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich auch nicht. Also die Erde habe ich dir nicht hingesetzt, das warst du sogar selber. Ja, die habe ich auch mit Absicht hingesetzt. Ja. Bevor da welche reinkommen, weil du die Tür aufluchst. Ähm. Habe ich alles? Ich denke, ja. Ja gut, dann von mir aus können wir jetzt... Warte, nein, ich brauche noch zwei Sachen. Hast du einen Eimer? Ja. Für mich noch, kann ich den? Für die Minentour? Ne, ich habe nur einen Eimer. Einen Eimer. Wo ist ein anderer Eimer hin? Den hat Fabian. Fabian! Ja. Du hast mal einen Eimer. Kannst du mir dann vielleicht einen Eimer craften? Ich gebe dir das Eis wieder, okay? Ich? Nein, nicht du. Achso, weil ich bin gerade ohne in einer Mine. Deswegen. Alle haben einfach auch Fisch. Achso, hast du jetzt mit mir geredet? Ja. Okay. Hast du nicht gerade Fabian gesagt? Nein. Du schuldigst mir drei Eisen. Oh, du hast wohl kein Eisen. Ach da, Dankeschön. Jo. Ich will dann kurz mal... Jo, dann können wir jetzt los. Boah, das ist so am Längen. Was kann ich denn dafür? Bist du überhaupt da rausgekommen jetzt? Ja, ich bin rausgekommen. Fuck, der Wahnsinn! Ja, mein... Oh, Alter, schwer. Aber ehrlich, warum deckt das hier da hinten? Sollen wir mal in diese Richtung gehen, hier? Jo, können wir machen. Dann gehen wir. Straight away. Pass mal. So, gut, jetzt kann ich... Das ist aber... Ah, du hast Fackeln, ne? Ich hab mir keine Fackeln gemacht. Ich hab's vergessen. Alter. Das geht nicht, das ist am Längen. So lecktest du bei dir. Oh, oh, Creeper. Weiß ich doch nicht. Alter. Jetzt sind die Zweifel... Aua, lol. Alter. Das war ein Skelett. Mehr mal. Ja, ich war... Und du rennst weg, ey. Ey, ich hab die angegriffen, das hat geleckt, dann bin ich wieder weggerannt. Boah, das geht so nicht. Nee, ich hab die angegriffen. Das geht so einfach nicht. Alter, was bist du, Mann? Ich bin hier. Ja, kommst du. Ja, dann geh doch. Jetzt ist das halt nicht in meinem Längen. Alter. Boah, die frisst du drauf. Wollen wir nicht. Mein Gott, nochmal, ey. Geben diese schwangeren Leute. Ey, guck mal, gehen wir mal runter. Boah, das... Kommst du ja? Ja, das ist assi, wenn das so leckt. Toll. Und du wirst eingegriffen. Im Skelett. Guck mal, an der Höhe. Alter, what the fuck, ich hab nur noch drei Herzen, ey. Chill mal. Interessant. Oh mein Gott! Oh, oh, Creeper. Alter, wir können sie nicht aufnehmen, das läuft gar nicht. Ja, was machst du denn auch heute so? Wenn ihr so am Decken ist. Ja, ich muss noch mal neu starten. Dann müssen wir hier Pause machen, Lukas. Ja, du. Ja, wir beide halt. Ja. Ja. Ich warte nicht auf dich. Okay, dann starte ich. Ja, halt dein Maul. Bis gleich. Ja. Mal wieder. Mal wieder, mal wieder, wieder. Ja, und was ich in der Zwischenzeit getan hatte, ich hatte jetzt acht Dias. Fabian ist halt ein Cheater. Halt dein Maul. Nur weil du neidisch bist. Ohne Schwanz. Jan, kommst du? Wo? Jo. Ja. Boah, ne, so muss das laufen. Nichts wie gerade. Mhm. Hier, wir mal da lang. Koste Krabbe ist... Mit die schönen Weiten von... Nein, mhm. Ja, kein Mund. Mhm. Die Koste Krabbe Pizza ist die Pizza für dich und mich. Koste Krabbe Pizza ist ne Pizza für dich und mich. Wohin? Äh, hierhin. Warte, wo? Ja, einfach mal geradeaus. Einfach mal geradeaus. Hast du was zu essen dabei? Reaper. Ja. Nice. Aua. Egal. Egal. Das ist Holz. 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 Das braucht du, Mensch. Holz. Wissen du, Jan? Ja, einfach geradeaus. Jan. Ja, ich geh weiter aus. Ah, da, ich seh dich. Du hast keine Hose an. Ja, immer noch nicht, ne? Ja. Alter, habt ihr immer noch nicht genug Eisen um euch? Boah, das fängt geradeaus wie Schnee ohne Witz. Das war voll weiß. Echt? Ja. Ich könnt mir jetzt sogar schon Diabosponser machen. Haha, wir sind die Hosenlosen. Boah, Hosenlosen, Junge. Das ist gut. Hosenlos. Wo gehen wir jetzt hin eigentlich hier? Ja, ich will ne Höhle finden. Aha, 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 ich hab noch vier Dias. Sollen wir uns nicht einfach hier eingraben? Hier, ah, bleib stehen! Ah, da bist du hell. Na, wir gehen noch ein bisschen weiter. Ja, hier hoch müssen wir. Weil da ist so... Alter. Alter. Zwei Zombies und ein Skelett. Guck mal, da ist ein Gürbis. Ja, scheiße. Alter, das sieht anders aus. Da hinten ist Gebirge. Da finden wir vielleicht was. Erstmal springen. Okay, wo ist er? Spring! Spring, Jan! Jetzt schwimmen, 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 schwimmen! Oh, bist du langsam? Ich bin ja schon fast hier am... So, guck mal, ich hab hier schon überhoben. Alter, ich wäre gerade fast tot. Da ist Schnee! Oh. 13 Dias hab ich jetzt. Oha! Oha, der Feine hat 13 Dias. Erstmal nachher was snacken. Zwei noch zu Hause, glaub ich. Zu Hause hast du auch noch welche, immer. Schweißtück, glaub ich, oder drei. Ne, einen. Oh, guck mal, das ist Mülleingang. Achso, ich hab fast Mülleimer verstanden. Lava. Aber Wasser sollten wir uns mitnehmen, ne? Also, das ist Mülleingang, das ist Mülleingang, das ist Mülleingang.